Ich suche Anna Paoli. Die lebt hier nicht mehr. Weißt du, wo ich sie finden kann? Oh Gott, er atmet nicht. Er kam vorhin und fragte nach Anna. Und da bringst du ihn mir hierher? Röhnt sie mein Blut nicht? Oder ich töt euch beide? Sie war krank. Was hast du mit der Leiche gemacht? Er war nicht tot. Lass mich sterben. Vorsicht, sie sind gefährlich. Er ist keine Gefahr für niemanden. Das wissen Sie ja. Das einzig Gefährliche hier sind Sie. Du hast mir erzählt, dass du ihn nicht kennst. Es ist so. Warum haben sie ihn nicht gerettet? Wir haben infiziert. Ich weiß nicht, woher du kommst. Aber dein Leben endet hier. Wenn du mich anfasst... Mom! ...muss ich dich töten. Jetzt weißt du, als was wir sind. Wir sind das Todesurteil für die Menschheit. Was ist das Todesurteil für die Menschheit. Vielen Dank.